Ich komme auch gleich wieder, ich komme mal kurz auf das Konnektwerk. So, der Stream ist neu gestartet, jetzt müsste die Verzögerung gleich aufs Minimum beschränkt sein. Bei Wochen, was ist denn da alles installiert? So viel ist das doch herrlich. So, der Kevin kann mal wieder testen, ob das mit dem Loot wieder geht. So, geht wieder alles. Achso, Scheiße, der ist ja noch von Afghanen. Das habe ich schon gedrückt gehabt. Hoffentlich ist das schnell. So, jetzt wenigstens ein Sniper. Der Bazooka. Wer wollen wir eigentlich nicht? Ich packe mein Internet rum. Zumindest WLAN und ein Handy. Okay. Verzögerungen drin, ja. Was, nein, bei Facebook da, also generell, die Seiten wollen nicht so wirklich. So, ja, dann mal gucken, ne? Alter, Wutpaar, ich boah, Junge, Junge. Wo wollen wir hin? Ich fliege hinten in den Wald. Ich springe raus. So, oder Lars, jetzt müsste der Stream wieder ein bisschen besser laufen. Also, von der Verzögerung her. Oh, wo geh mal hin? Ich bin im Wald. In dem Wald. In dem Wald. So, Landevorgang eingeleitet. Sehr schön. So weit brauche ich natürlich. Das ist genau wichtig für diesen Modus, ne Pumpgun. Ich liebe die Symptome, wenn hier einfach drei Kissen sind. Hm. So, Vogelscheu, habe ich schon mal kaputt gemacht. Der kann uns nicht mehr gefährlich werden. So, mal gucken. Hier kommt der Money. Hier kommt der Money. Hier kommt der Money. Money, 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 Money. Da muss ich ja jetzt nichts zu sagen, ne Lars. Pfeife. Pfeife. Aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank für deine Donation. Vogel. So, wie schaut es bei euch aus? Oh. Ich bin ja noch. Ich bin ja noch. Weisig. 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 Oder war ein Feind. Ich habe schon mal Routine mich geschossen. Gehört. Ich habe gehört im Bus. Ich habe gehört im Bus. Ich habe gehört im Bus. Aber ich bin jetzt auf dem Weg. Ich habe gehört alle. Oh, da hinten ist eine Kiste auf. Ja, habe ich schon gesehen. Ich meine. Ja. Der Kiste sind halt die bessere Waffen. Granatwerfen nach Snipern. So, dann habe ich das Gefühl. Ja, da gehe ich auch mal schnell von aus. Oder ich habe gerade eine gefunden. Echt? 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 Was war denn da los? Wie liegt noch eine M4? Nee, ich habe eine. Und noch einen Busch. Ja, dann ne nimm mit. Nimm dich. Ah, dich. Hey, mittlerweile benutzt ich auch keinen Busch mehr. Das genau, was lieber das ist. Wunder im Haus. Ich dachte, er nimmt ein ding. Ja, das ist eine Händler. Oh, ne. will jemand noch so ein jagdgewehr war hier oben zwischen den zäunen ist so ein jahr ich habe ein jump pad und wir haben ja noch hier noch zeit war ja da ist gleich schon gelootet glaube ich außer eine kiste ist irgendwo hier ist warte ich habe kleine schildtränke auf tasche ich habe dann mal die kläden schildtränke ja ich habe auch noch ein stück oh warum kann ich hier nicht bauen was du jörg habe ich noch mal essen würde gucken eine beugel oder so und dann auf so gehen wir weiter ja ich warte ich gehe mal zurück nein wir müssen ja auch noch ein bisschen action sein ne ja deshalb abbauen hier kann auch minecraft spiel ich habe auch zwei ich habe auch zwei ich bin auf mich ich bin auf mich hier 5 drops kommen da gerade runter so wo wollen wir hinfliegen dann ja Richtung zone war alles klar Richtung weg huiiiiiii nein wir gehen da da war ah scheiße wie geht da oh scheiße leertaste wart ja ich komme auf jeden fall nicht so weit naja so weit sind wir allgemein nicht geflogen von daher alles gut hab grad die taste gesucht so wo und äh der scheiß Fallschirm auf jeden hat der e-mail war aber zu eilen hier scheiße auf äh die anderen Sachen die jetzt gerade geschreit sind sehr heftig haben die gefinished hier richtung nordost ist ein nordwest ist eine nordwest oben war einer eben im nordwest unten jetzt hat hat oh bewegt ich komme ich oben hat auch hat oh er ist hause ja eilig hat er gefallen ja oben irgendwo auf dem turm der ist unten wieder über uns hab ihn ich sei noch hier sind wir zu viele auch rettet man da nicht liegt von dir weiter er hat mir meine mt cloud der ich habe keine mt mehr ich habe jetzt hier so ein jagdgewehr warte mal hier ist eine graue mt ich habe hier so ein und und im westen unterwegs also einer hat richtig wow von wo keine ahnung ich hab nur ein Schild verloren hier rechts noch einer einer hab ich einer hast du noch einer hast du noch einer tot links im südwesten eine große festung glaube ich von denen ich gehe ein bisschen offensiv ich gehe mal gerne einer ist gut ich muss mich gerade verbinden wo sind die wo sind die ich bin ja nur noch höchst aber ich bin ja hier oben irgendwo hat noch jemand trinke oder so aber klein egal das würde ich mal reichen ein bisschen dann müssen wir uns hier warte bleibt da stehen also wüsst du da jo danke wie da okay Nein! Toll! Ich hab da doch eingelappt! Stopp! Gar nicht! Na ja! Oh, schade! Das klang falsch! Hast du schon wieder den? Du bist das Mädchen! Es klang einfach so falsch! Oh, ich hab einen Hintergrund gewonnen, ach wie schön! Yeah, wir haben das Spiel gewonnen, yeah! Ich hab einen Kill gemacht, hab mich mehr geheilt wie gespielt! Nein! Ich hab drei bekommen! Immer wenn ich schießen konnte oder so, hab ich irgendwo direkt einen übelsten Hit kassiert, weißt du? Musst du mich direkt wieder heilen! Toll!